In New York wird der Platz für Raucher immer enger. Seit heute gilt sogar im Freien, also zum Beispiel in den Parks der Millionenmetropole, ein absolutes Rauchverbot. Gegner sehen die Freiheit des Einzelnen beeinträchtigt, doch auch die Befürworter des Gesetzes haben eine Reihe Argumente. Keine Freiheit für Raucher in New York. Wer im Central Park oder am Strand mit einer Zigarette erwischt wird, muss mit drastischen Strafen rechnen. Mindestens 50 Dollar, also umgerechnet 35 Euro, sind dann fällig. Auch am Herald und an Times Square gilt ab heute absolutes Rauchverbot. Damit will man die 1700 Parks und die 20 Kilometer Strand von New York noch schöner machen, heißt es von Seiten der Stadt. Studien hätten außerdem gezeigt, dass Passivrauchen unter freiem Himmel bei einem Meter Abstand genauso schädlich ist wie in einem Raum. Durch das neue Gesetz sollen einerseits die Nichtraucher geschützt werden, andererseits will man die Zahl der Raucher noch weiter reduzieren. Während 2002 noch 20 Prozent aller New Yorker geraucht haben, sind es heute nur noch 6 Prozent. Widerstand gegen das neue Antirauchergesetz kam vor allem von der Tabakindustrie. Aber auch viele Raucher sehen ihre Rechte massiv eingeschränkt und sprechen vom Weg in eine totalitäre Gesellschaft.